Hallo, hier ist der Martin von ManyMankies, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 15. November 2024 und unser DAX hat wieder gut auf die Beine gefunden, so richtig Hilfe hat er zwar eigentlich nicht gehabt, das Bild hätte man noch ein bisschen abpassen müssen und nur den Rollator dahin stellen müssen oder des Laufgehilfestells da, denn die Amerikaner haben sich interessanterweise dann jetzt zum Donnerstag ein bisschen schwächer gezeigt, wo er hier ein bisschen hochgekommen ist. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass mir das nicht, also was heißt nicht gefällt, ja, dass es für eine Abwärtsstrecke nicht gut war, dass er wieder so weit hochgekommen ist, so weit wieder zurück und auf die Tageskarte auf grün wieder gedreht hat und hatten deswegen gesagt, wenn der sich hier gleich über 1950 wieder drüber drückt, hätte er gut die Karten dann eben auch in die 1950, 1920 reinzuhandeln. Bei 1920 hat man gesagt, wird es dann interessant, ob er dort halt abgewährt wird, ja, wo er stark nach unten wieder zurück drückt, weil es sozusagen auch eine Short-Marke gewesen wäre, aber da hat er gut gemeistert. Er hat sich schön durchgestellt, auch schön sachte zur Seite das geschoben, also hat mir gut gefallen. Oben auch kurz über die 300 hat man im Premium dann auch so als Bonus mit aufgenommen und hatten gesagt, naja, da gucken wir bestimmt mal ans Tagesband ran hier, also im Tagesschort ins mittlere Band einfach mal dran tippen, ohne das aber zu überwinden, das wäre auch für den Donnerstag halt zu viel gewesen, würde jetzt zum Freitag viel besser passen und jetzt hat er zum Freitag halt eine, hoppala, falsche Tasse gedrückt, zum Freitag eine gute Chance hier dann eben auch ein Stückchen hoch zu kommen. Er hat eine gute Chance oben rauszukommen, muss er aber auch wahrnehmen. Ja, wir sind jetzt aus der 2020 rausgestartet, jetzt halt bei Stange zu bleiben, warum sage ich das? Wir sind eben wieder recht mittig in der Range und in der Range hat unser Dax, ja, zieht er seine Schlüpfe an, ihm das gefällt, so ungefähr, runter, rechts, links, oben, unten, ist halt einfach an der Prognose relativ schwierig. In der Range hat er die Tendenz, eigentlich von dem Rand zur Mitte zu laufen, aus der Mitte heraus, die Tendenz rauszugeben ist nahezu eigentlich 50-50. Ich würde ihm einen leichten Vorteil nach oben aussprechen, aber vergesst es nicht, jetzt wir sind in der Range. Ja, in der Range, in der US-Handelsspannen-Range, die uns hier schon in der US-Wahlnacht von 19.000 bis da 1500 vorgegeben wurde und wo wir jetzt eigentlich den halben November schon drin hängen und da ist er jetzt halt wirklich relativ mittig drin einfach, ja. So, das ist rübergekommen, das ist klar, das heißt, interessant wird es erst wieder an den Kanten, ja, in der Range Mitte an sich bietet sich auch ein bisschen seitwärts an, aber ich glaube nicht, dass kommt, der hat noch zu viel Schwung, drinne in den Bewegungen, der zieht sich ja schön, also mir gefällt das gut und ich habe das auch nach der Trump-Wahl gleich gesagt, für uns Traders ist das gut, dass der gewählt wurde, ja, also der bringt richtig Volatilität in den Markt und das sieht man auch nach wie vor noch, wir haben guten Zug drauf auf den Tageskerzen, da ist so 200, 300 Punkte am Tag, das ist schon noch drinne, sogar einen Tacken mehr hier fast gewesen, also das ist attraktiv und das wird vielleicht sogar auf dem Niveau dann auch noch eine Weile anhalten, wenn nicht sogar noch mehr werden, ja, also ich kann mich gut noch an die Zeit mit Trump erinnern, wo wir gehandelt haben, da waren auch Tage mit 600 Punkten keine ungewöhnliche Tageskerze dann halt, das war halt einfach eine erhöhte Volatilität und solange die anhalt, belassen wir das, das heißt für uns natürlich auch, dass hier die 4,20 jetzt zum Freitag erreichbar ist, ja, es erdrückt sich jetzt drüber, da braucht er nicht viel, muss aus dem Stand hier einfach bloß eine grüne Stundenkerze reinsetzen, dann würde man das als Flak gewerten, er könnte weitermachen, könnte das mal probieren, ein bisschen vorsichtig wäre ich, wegen dieser Range-Geschichte, wir sind in der Range, in der Range ist man mit so einer Trendfolgetechnik, sag ich mal, wie das, was ich jetzt hier gerade sage, Flakke nach oben auflösen, manchmal nicht ganz so gut braten, ja, weil in der Range funktionieren einfach andere Sachen gut, als in einer schönen Trendbewegung, das ist keine schöne Trendbewegung, ja, es ist noch Geschwurble auf der Seite hier, ähm, und deswegen guckt man ein bisschen genau hier an die Gap-Kante, sowas mag der DAX auch manchmal einfach so zur, zur, bloß so um die Leute so ein bisschen das Boxer und so jagen, ja, 3,40 ist die Gap-Kante, sollte der in die 3,40 reingehen und sich dort wegdrehen, kann er von dort auch bis 1,50 zurückfallen, ganz unverhofft, ja, wenn alle auf den Gap-Kluss schielen, ähm, das muss man in der Range, muss man sowas, stand hier dann auch ein bisschen mit auf dem Radar haben, das heißt, ähm, kriegen wir eine schöne grüne Stundenkerze und der stellt sich über 2,60 oder 2,50, 2,70 wieder drüber, hat er gute Chancen, dann in die 3,40 reinzulaufen und wenn er dort nicht verhauen wird und wegdreht, dann ist auch eine 4,20 oben noch drinnen. Unterhalb, ähm, würde ein Rückfall nach unten, ähm, bisschen komisch aussehen, wir hätten hier so die 1,50 bis 1,20 nochmal als Support, ja, dann können wir probieren hier, sich nochmal so nach oben Schwung zu holen, also, wenn er jetzt bloß früh kurz so um Xetra-Stadt herum hier so runtersticht und dann wieder zügig hochkommt, fände ich das okay, kann er danach trotzdem noch die 3,40 und 4,20 erreichen, sollte der aber hier auch nach Mittag dann noch unter einer 1,20 rumstochern, wird es eher danach riechen, dass er den wieder zurückzieht und dann reden wir über eine, ja, 1950, 1940 erstmal, wenn nicht vielleicht sogar schon 19.000. Ja, also, das ist einfach so, wir sind in der Range, wir sind in dem, in der Spaner, ich habe das, glaube ich, jetzt hundertmal in dieser Analyse schon gesagt, ja, da ist die Tendenz her an der Mitte des Bandes, ähm, kann man nicht sagen, ist jetzt das obere Band zuerst dran, ist das untere Band dran, ich würde eben den Vorteil leicht nach oben sprechen, aber, das ist, das ist hier, ja, vom Muster her, was wir gestern gemalt haben, ihr erinnert euch da mal dran, ja, was wir aufs weißes Papier gemalt haben hier, ähm, ja, es geht halt, geht halt daraus davor, dass diese Bewegung sich eher nach oben auflöst, deswegen hat man auch gesagt, ein bisschen Vorsicht, wenn er da über die 1950 drückt, er kann sich relativ schnell wieder zurückziehen, ähm, das wird jetzt hier natürlich einen Anschluss zulassen, aber man muss den auch bringen, ja, und deswegen würde ich zum Freitag, um das abzukürzen, wirklich gerne diese grüne Stundenkerze sehen wollen, die das auch irgendwie so ein bisschen nach oben einleitet, ähm, alternativ kommt der Schwächer rein, kommt er vielleicht unter 200 rein, würde ich gerne sehen wollen, dass wir von 150, von 120 aus dem Bereich, ähm, schön nach oben drücken, grüne Stundenkerze oder was auch immer setzen, um dann nach oben Anlauf zu nehmen, und dann traue ich ihm eine 340, oh, ah, eine 420 traue ich ihm auch zu, aber dann muss er von Beginn an schon nach oben schwupp, also schön drücken, ja, von, eigentlich von Anfang an, vielleicht sogar auch mit einem kleinen Aufwärtsgib, ja, dann würde er das gut hinkriegen, aber, wir sind in der Mitte der Range, ja, also es ist, würde mich, überrascht mich nichts, ja, würde mich auch nicht überraschen, wenn wir wieder bei 19.000 stehen am Freitagabend, das ist, ist halt einfach in der Spanne, und in der Spanne ist seitwärts, das, äh, ja, also wenn wir das kurz malen, wollen wir jetzt immer so schön malen hier, ja, also Range ist, wie bewegt sich der Markt in der Range, der Markt bewegt sich in der Range hier, der macht den, da, 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 da gibt es oben irgendwo so eine Kante, da gibt es unten so eine Kante, und in der Range springt der Markt einfach nur hin und her, ja, ja, und wir sind jetzt, ich sage mal, auf dem nicht wo, äh, es ist so, ha, 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 ja, also an der, oben kann man, kann man ableiten, einen Ausbruch, unten kann man einen Bruch ableiten, dreht er sich an der Unterkante wieder nach oben auf, das, was wir gestern Abend hatten, also am Vortag, wo wir gesagt haben, naja, kann er jetzt auch einmal wieder zurückziehen, das auch, aber in der Range Mitte selbst, hast du eigentlich so fast 50-50, ist es ein bullisches Muster, leichter Vorteil, der ist nach oben, deswegen, ähm, hier, dieser Vorteil nach oben, aber das ist wirklich, ja, 53 zu 47 Prozent, ja, deswegen, ein bisschen, nicht, nicht zu euphorisch sein, okay, Freunde, ich denke, ihr habt verstanden, was ich sagen will, ich wünsche viel Erfolg zum Freitag, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss. Gelingen und dann geht's, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal,